Dies ist eine neue Playlist und zwar Elektronik und Elektrotechnik. Ich gehe hier in dieser Playlist auf verschiedene Sachen ein. Elektronische Schaltung, elektrische Schaltung, zum Beispiel ein Spannungsteiler oder, oder, oder. Ich erkläre wie eine Diode funktioniert, wie ein Transistor funktioniert, ein Bipolare, auch Feldeffekttransistoren und so weiter und so fort. Ich habe hier oben schon mal einen Link eingefügt. Ihr könnt ja schon mal folgendes ausprobieren. Wenn ihr auf diesen Link klickt und den entsprechenden Link dann wirklich anklickt, dann bleibt dieses Video hier stehen. So ist es immer in den Videos und ihr könnt in aller Ruhe euch das Interessierende angucken. Das läuft dann im Extrafenster und wenn ihr da wieder rausgeht und sagt, jawohl, jetzt habe ich es verstanden, dann kommt ihr automatisch wieder auf das Video zurück. Das hat gewartet, ihr könnt hier weitermachen. Ein Multivibrator, da gibt es verschiedene Formen und so weiter. Ach, naja, da kommt noch ganz viel. Ich werde das ergänzen. Jetzt sind Ferien, ich habe Zeit dazu. Macht mir auch Spaß. Ist eins meiner Hobbys schon immer gewesen. Vielleicht werde ich dann auch später eine Playlist anlegen über Programmieren, wie man mal ein bisschen Windows beeinflussen kann und so weiter und so fort. Macht alles Spaß, ist alles mein Ding. Ja, und ich hoffe, es ist auch euer Ding. Also, lassen wir es bis dahin. Ist ja nur ein kurzes Video zum Erklären, was hier passiert. Also, ich wünsche euch was Schönes. Tschüss!